Kanada ist als Nationalmannschaft im Fußball so erfolgreich wie lange nicht. Man hat sich erst mal seit 1986 wieder mal für eine WM qualifiziert. Doch es gibt jetzt weiterhin Stress zwischen dem Team und dem Verband von Kanada. Und zwar kam es jetzt so weit, dass die Spieler streiken, wodurch auch ein Testspiel gegen Panama ausgefallen ist. Und zwar gab es jetzt auch eine Stellungnahme der Spieler der Mannschaft um Alphonso Davies. Und darin heißt es, wir wollen mit unserem Verband zusammenarbeiten, aber das Verhältnis ist seit Jahren angespannt. Und jetzt hat Kanada Soccer unsere Mannschaft mit Missachtung gestraft und unsere Bemühungen gefährdet, die Standards zu erhöhen und den Fußball in Kanada voranzubringen. In der Stellungnahme der Spieler wird klar, dass es eigentlich zwei hauptsächliche Forderungen gibt. Die erste Forderung ist, dass die Spieler 40% des Preisgeldes für die WM-Teilnahme in Katar fordern. Allerdings habe Kanada Soccer, also der Verband, die Verhandlungen zunächst unnötig in die Länge gezogen und dann erst am Donnerstag ein unzureichendes Angebot unterbreitet. Also zu der Prozentzahl 40% kann ich jetzt nicht wirklich zu viel zu sagen. Wie das jetzt im Vergleich zu anderen Verbänden ist, ist es viel oder wenig. Aber es werden auch über unterschiedliche Prozentzahlen berichtet. Auf jeden Fall kommen wir zur nächsten Forderung. Und zwar fordert das Team eine gleichberechtigte Struktur der Frauennationalmannschaft mit gleicher prozentualer Beteiligung am Preisgeld der jeweiligen Meisterschaften. Es geht darum, dass sie genauso viel Prozent dessen bekommen, was sie erreichen, wie die Männer von dem, was die Männer erreichen. Was ich an sich eigentlich eine gute Lösung finde, auch dass die Männer sich dafür einsetzen. Allerdings ist es jetzt so, dass die Frauen genauso viel verdienen wollen wie das Männerteam. So wie es jetzt in der USA schon durchgesetzt wurde vor kurzem. Ja, ist ein anderes Thema. Wir bleiben jetzt erstmal bei der Herrennationalmannschaft. Ich wollte euch nur kurz die Forderungen erläutern. Das nächste Spiel der Herrennationalmannschaft von Kanada ist diese Nacht in der CONCACAF Nations League gegen Curaçao. Also das, was jetzt abgesagt wurde, war ein Testspiel. Jetzt kommt ein Pflichtspiel und es wird interessant, ob sie da antreten, denn in ihrem Statement heißt es auch, wir hoffen, dass Kanada Soccer die nötigen Schritte einleiten wird, um mit unserem Team zu arbeiten, damit wir für unser Spiel am 9. Juni wieder zurück auf dem Platz sein können, teilte die Mannschaft mit. Also das bedeutet ja eigentlich, dass sie nur spielen werden, wenn der Verband ihnen gewisse Forderungen zusichert. Also wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein, ob sie antreten. Das Spiel ist um 4.30 Uhr, also mal am nächsten Morgen schauen, was passiert ist. Wird auf jeden Fall interessant, wie sich das noch auswirkt. Kanada an sich ja wirklich eine gute Mannschaft und ich habe auch Bock, die bei der WM zu sehen. Lasst mich auf jeden Fall wissen, was ihr von dem ganzen Streik und dem Thema denkt. Schreibt es mal in die Kommentare und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.